Servus, hier ist die Milita. Ich wollte dir heute meine Wildblumenwiese nochmal zeigen. Sie ist so wunderschön. Wir haben sie ja angepflanzt, Steffi und ich. Eine Schmetterlings- und Bienenwiese. Und es ist so wunderbar gelungen. Einen Meter hoch, würde ich sagen, wachsen hier diese wunderbaren Blumen und Blüten. Ich nehme dich mal mit auf den Spaziergang durch den Garten. Mitten hinein in das blühende Paradies. Also, es lohnt sich, Blumen anzupflanzen. Man wird ein anderer Mensch glücklicher. Deiner Natur so nahe zu sein, ist einfach herrlich. Ich genieße es, siehst du, es wächst mir schon fast über den Kopf. Die Schafgarbe. Und es ist ein Insektenparadies. So wie es geplant war, es lohnt sich. Auch der viele Regen trägt zum Wachstum bei. Auch wenn viele Blüten untergegangen sind im Regen. Es gibt andere, die es übertreffen. Sehr gut.